Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7891 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Darf ich die Flasche öffnen und mir ein Glas Apfelsaft eingießen? Darf ich die Flasche öffnen und mir ein Glas Apfelsaft eingießen? Ich mag Spinat nicht, wenn er roh ist. Ich mag Spinat nicht, wenn er roh ist. Durch die Massage können auch Verhärtungen und Verklebungen der Muskulatur gelöst werden. Durch die Massage können auch Verhärtungen und Verklebungen der Muskulatur gelöst werden. Wie sieht es aus mit deinem Sehvermögen? Kannst du noch alle Buchstaben deutlich erkennen? Wie sieht es aus mit deinem Sehvermögen? Kannst du noch alle Buchstaben deutlich erkennen? Mit Ausdauer können wir Herausforderungen meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen. Beim Motorradfahren steht die Sicherheit für mich an erster Stelle. Beim Motorradfahren steht die Sicherheit für mich an erster Stelle. Beim Motorradfahren steht die Sicherheit für mich an erster Stelle. Als Geschäftsführerin trage ich die Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Dann geht's. Dann gibt es ein Take-Den der Macht. Jetzt geht's doch auf den Weg. Und wenn du da mein Sehvermögen kannst, erschwert das Blatthet. Und dann zieht ihr auch auf den Weg. Dann habt ihr das Blatt-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Dann bitte nicht, die hinterher werden wir in der Gave-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Dann geht's doch mal weiter. Daher werden die Frage bis hinunterladen.